Alles gut? Alles in Ordnung? 21, Granate! Alle nach unten! Rutsch! 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 Go 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 go! Achtung, hinten im Raum! Geil, es wurde mal wieder Zeit den Cloudmaker unsicher zu machen. Heute stelle ich die CQB Fähigkeit meiner MP5 SC6 mit 1,1 Joule auf die Probe. Als Backup dient die TM M9 A1. Hast du auch einen Knaller? Yo, ich sehe nichts mehr. Drei? Ja, volle Bude, ich habe gerade einen Punkt drin. Jetzt muss ich pissen, ich habe es eben gesagt. Hier, mach ins Zöpfchen. Ja, genau. Boah, Pipi. Boah. Was ist los? Wollt ihr das nicht essen? In dem ersten Spiel mussten rote Ostereier gesucht und in den Spawn gebracht werden. Zehn Ostereier konnten dann gegen ein goldenes Ei vom Osterhasen eingetauscht werden. 21, Granate. Granate. Weiter. Vorhaken. Vorhaken. Granate. Nachrücken, alle. Alle nachrücken. Sofort. Der hält die Tür zu. Ja, ja. Der wird dir eine Granate reinschmeißen. Wir müssen uns gleich wieder verteilen. Wir müssen. Ich habe es ja gesagt. Ich habe es ja gesagt. Muschladen. Bin wieder da. Keine Eiers. Achtung, hinter uns war irgendwas. Du kannst den dunklen Raum nutzen, um mich zu verstecken. Achtung, alles gut? Alles in Ordnung? Ist alles gut? Ich dachte, alles klar. Ach so, ist hier. Ich akzeptiere den Bang nicht. Hier gibt es keine Bang-Regel übrigens. Stumpferweise hat hier sogar niemand getroffen. Ich wäre eher im Arsch gewesen. Das sieht man gleich. Ich erschrecken, also. Ich wollte ihr helfen und dann plötzlich Bang. Er so, alles klar. Nee, ich hätte es dir gegönnt. Egal was, ob Quershake ansonsten war, ich hätte es dir gegönnt. Deadman. Hallo. Oh, scheiße. Moin. Was geht ab? Mach mal wieder zu. Man trifft sich. Auf jeden Fall. Ich bin dabei. Wenn ich getroffen werde, weiter Druck machen. Ja, klar. Leuchten, leuchten. Oben darf man nicht hin. Unten ist sie gut aus. Ich bin direkt unter euch. Kannst du denn da weiter? Nächste Ebene. Weiter, weiter, weiter. Platz machen, ist die andere nach oben. Ah, hingeblieben. Die typischen HBR-Probleme. Hey! Ja! Schmohmann, wieder hoch, durchnehmen. Der Rest wieder hoch. Alle Zügel zum Teller sind versterbt. Gott, das ist versterbt. Schmohmann, einmal durch, jetzt zurück. Ich habe nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden. Stelts. 1 Das war's für heute. Ah, ich habe ja gar keinen 80-Grad, Blenden hat also nichts gebracht. Von oben kommt was, Licht, wow, shit, Ikea-Möbel. Meine Brille, Alter, ich sehe hier nichts mehr. Achtung Treppe! Geh! Geh! Ja, los! Geh! 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 Okay. HIT! Okay, ist frei. HIT! Moin! HIT! Auch rot? Nicht rot! Rot! Rot? Ja! Ich hab wieder fünfmal nicht rot! Ich bin rot! Achso, hier ist auch rot! HIT! Ich glaub das war in seinem Arsch! Teure Sachbeschädigung, Anzeige ist raus! Ich hab immer mehr! Okay, wenn ich gehe, dann kommt ihr mit! Super! Ich bin durch die Tür! Seht ihr? Okay! Granate! HIT! 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 Willst du mal Autofus hier streicheln? Wink mal mit der Hand! Zweites Spiel King of Sale. Disziplin! Mama! Hilt! Gelb. Gelb. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Drei, zwei, eins. Das war's mit dem Tachter-Authent. Wo ist Josch? Hinter dir. Was? Ach Klaus, warte doch! Ach Klaus, warte doch! Granate! Hä? Hä? Klaus? Achtung! Klaus! Von wo kommst du denn her? Ich bin von da hinten wieder gekommen. Ja. Ich bin von da hinten dran. Ja! Wenn die B-Bänder da hochgespringt sind. Das ist die Granate voll. Rot! 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 Das ist einer nicht! Wer soll die Geschichte weiter erzählen? Los, Jakti! Ich will einen abstechen. Ready? Los, Jakti! Wo Klaus? In der Zwischenzeit sind Joshuas Ohren etwas nach oben gewandert. Siehe Gehörschutz. Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Kannst du weiter vor? Achtung! Hallo? Hallo? Komm jetzt! Es ist kaum rum nach oben. Es ist kaum rum. Das Ding räuchert euch aus! Es ist kaum noch rein! Rot! 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 Vorsicht! Das ist vorbei, das ist dabei! Jetzt ist der hintergetauscht. Felleck. Ja. 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 Go, 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 go! Vorwärts! Ist da noch einer drin? Ja, Ranate rein. Ingenieur schießt der Gat. Ist da einer? Siehst du das nicht? Ranate! Rückmitte! Und rein. Lass sie explodieren. Super gemacht, Leute! Eine Hand behalten müssen. Ja, Hit! Sehr gute Pose! Oh, Rot höre ich schon wieder. So witzig! Und weiter runter. Das gibt Copper & Brass-Rabatt nicht. Das ist der Sport von denen. Achtung, hinten im Raum. Siehst, siehst du was im Raum? Holy shit! Ja! 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 Moment! Granate! Rein da! Alles dicht! Ja! 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 Äh! Moment mal. Was sohle? War die echt? Oh! Da haben wir das zweite Dunkel hier! Gelb! Gelb! Rot. 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 Ich weiß nicht. Rot! Ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen. Wo sind denn die Leute hier? Machen wir das jetzt zu zweit oder was? Ja, die Harten kommen mit Garten. Granate! Oben waren zwei. Ja, kannst du probieren. Die Tür geht immer wieder zu. Das ist voll nervig. Oh, Entschuldigung. Wie immer sehr, sehr spaßig. Wir sehen uns beim nächsten Spieltag. Euer Kabuk. Lasst es krachen, Leute.